Hallo lieben Pilzfreunde und herzlich willkommen zu der zweiten Folge von Stadtlandflussonline und jo Ja, hallo, ich bin auch dabei Leider Genau, Finn ist leider wieder dabei Ich weiß, ihr hasst ihn alle Ich ihn leider eigentlich auch, aber ich muss ja Also eigentlich war das jetzt so nicht gemeint Ich hab seit gestern wieder Admin hier Hä, echt, hast du? Null, stimmt, geil So, jetzt gibt's die erste Stritte Nein, du schmeißt mich jetzt nicht raus, ich kann nicht mehr rein Ich nehm grad auf, bitte Ja, ja, es gibt jetzt Verwarnung, okay Ah, okay Nein, Spaß, ey, du kannst gleich bestätigen, oder? Ja, genau Und wir sind da, wo wir bei der letzten Folge aufgehört haben Echt, ich hätte lieb Nee, wir haben ne Runde übersprungen, weißt du? Oh, ja, genau Weil der... Mit A, oh, 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 oh Ähm Oh, da könnte ich jetzt wieder was nehmen, wo ich mich einfach nur schämen würde, dass ich das schon wieder genommen habe Ist mir egal, ich schäme mich nicht, mir fällt nichts anders ein Ähm Ähm, ich will irgendwas Gutes Zensieren Ja, auch noch Alter, wenn du das jetzt schon sagst Ich zentisiere hier gar nichts, alter, gell, also das hier alles uncut Ah, nee, ich hab das selbst so halb zensiert Achso Ähm Nee, war ja auch noch Spaß Ähm Oh Gott, Gründe für einen Schulverweis Es könnte sein, dass du da genau das gleiche nimmst Wahrscheinlich Das ist halt ziemlich offensichtlich bei A Ähm, da bin ich noch nicht bei Schufa, weißt du, bin ich erst jetzt? Ja, nee, ja, klar, klar, klar Ich bin ja schon ein bisschen durch Alter, fuck Beim Zocken muss ich Was muss ich denn da? Ähm Ich gucke gerade auf meinem Schreibtisch rum, ob ich irgendwas finde, aber Ähm Ich find nix mit A Scheiße, was kann ich denn nehmen? Ähm Ähm Ähm, ähm, ähm Mir fällt überhaupt nichts ein jetzt gerade Echt? Bei mir geht's Ähm, ich, ich brauche noch drei Sachen Ähm, 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 ähm Ähm, 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 ähm Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Das Video kommt vor zwei Tagen, du Typ. Achso, das ist mal ernst. Wir haben das... Haben wir das vor zwei Tagen oder gestern gespielt? Ich weiß gar nicht mehr. Ich dachte, du weißt das, aber es ist gut. Ja, ich bin auf jeden Fall voll informiert, ja. So, ich glaube, es passt. Ups, wollte ich nicht. Gott, ey, ich verschreibe mich heute richtig krass. Wie schlimm. Weil das Mikro hier so ein bisschen Weg ist das Problem. Beim Schreiben. Ja, das will ich nicht bringen. Ich will was anderes bringen. Ich will nicht so einfallslos sein. Ach, komm schon. Ich weiß gar nicht, wie man das schreibt. Ich weiß nicht, wie es ist peinlich. Egal. Ich bin einfallslos und ich bin stolz drauf. Nein, Alter, ich bin schon scheiße hier. Gut, ich bin fertig. Ich werde nie fertig. Echt jetzt? Hey, das ist gar nicht mal so schwer. Das ist so viel Zeit. Das ist gar nicht, wie es geht. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. So, Mordwaffe, AK. Schon wieder die Atombombe? Ja gut, ich habe auch schon mal einen AK-47. Ja gut, ich habe auch schon mal einen AK-47. Ja, du musst du was auch machen. Anderer machen. Anderen gefickt? Ja gut. Kann man machen. Sehr gut. Aber dann auch nur einmal. Ja, war das Gleiche. Hey, Leute. Wait, als ob du dort am Gesamt genommen hast. Ja, warum? Lol. Ja, egal. Du wirst es euch noch merken. Anderer, was? Ähm, guck mal, wir tun bei... Oder warte, ich mache das so. Denn, ähm, eigentlich darf es nicht volle Punkte geben, weil wir beide es selber haben. Deswegen streiche ich beides einmal durch. Du lässt es einfach, okay? Dann gibt es nicht volle Punkte, weil es darf eigentlich. Eigentlich ist es egal, weil wir spielen eh nur zu zweit. Eigentlich kann ich es lassen. Das ist eigentlich dumm. Ähm, Frauen sind amüsant. Außergewöhnlich. Ja. Gründe für einen Schulverweis. Analsex im Unterricht. Mir ist nichts anderes eingefallen. Tut mir leid. Eine Wand, ein Penis mit Annie gewandt. Ja, dann kennt sich einer aus. Nein, Spaß. Alter, ja, ist aber echt guter Punkt. Am Bildschirm sitzen. Muss ich? Ja, ey. Weil muss ich. Okay, das muss ist jetzt anders gemeint. In dem Fall. Aber ja, okay. Aufs Klo. Ja, aufs Klo. Ja, doch. Ist mir in den letzten 5 Sekunden eingefallen. Ja, also Leute, was ihr so nicht wisst, wenn wir nicht aufnehmen, geht Finn so alle 5 Minuten auf Toilette. Nein, Spaß. Aber letztens war es so ziemlich auf. Das war bei mir gestern so, ey. Ich habe so viel getrunken gestern. Also, natürlich nur normales, kein Alkohol, ne? Ist, ist, nur mal... Ich, ich auch nicht. Ja, 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 nein. War alkoholfrei. War Bier, aber es war alkoholfrei. Ich weiß. Wie würdest du einen Mord begehen? 50% Alkohol. Ja. Als pure Körper. Ja, hey. Warum nicht? Guck die ganzen Pokémon-Zucht, die ist in Pokémon Go, weißt du? Stehst du da so als Lockmittel, kommt einer, hast du das Messer und rammst voll rein. Weißt du? Als Pokémon verkleidet. Bam. Weißt du, er macht so das Handy auf dich, will so ein Foto machen und du bringst ihn dabei um. Ich schäme mich jetzt schon für dich, aber egal. Auf jeden Fall brutal. Ja, jedenfalls. Du bist aber auch nicht viel besser, Mann. Ja, ja. Ich fand's ja lustig. Ja, aber es war gut, ey. Deine Mutter ist am Arsch. Amüsant. Ah, okay. Ja, genau. Deswegen hab ich's gemeint. Ich bin nicht schwul, aber... Dann mach das einfach auf Englisch. Hey, ja, warum nicht? Dann mach das einfach auf Englisch. Das hat saugut gepasst. Ja, aber du hättest halt dann zumindestens das schon mal richtig schreiben können. Mann, ich wollte als erstes Analsex mit Männern schreiben, aber das wollte ich nicht bringen, okay? Ja, du hättest es zumindest noch mal richtig schreiben können, dann. Hab ich mich verschrieben, scheiße. Ich eigentlich nicht. Das ist jetzt feindlich. Ein E hat gefehlt zwischen dem W und dem S. Was? Wo? W und dem S. Was hat da gefehlt? Ein E. Ein E. Hey, war da kein E? Nee, da war kein E. Sollten hab ich auslösen ausgelassen. Mordwaffe. Äh, äh, ähm. Hä? Keine Ahnung. Alter, das ist sau schwer. Ähm. Keine Ahnung, Alter. Ups. Keine Front, ähm. Äh, hihihihihi. Das ist lame, aber ich wollte jetzt nichts Schlimmes nehmen. Ähm. Keine Ahnung. Ähm. Okay, das ist so richtig dumm. Äh, ich hab auch ein paar dumme Sachen, aber ist mir egal. Das ist das jetzt zumindest ein bisschen. Das ist richtig lustig. Das ist nett. True Fact? Also, ähm. Einfach nur. True. Also, kann ich nichts anderes sagen? Das ist einfach nur, äh. Hey, was? Ähm. Was ist das jetzt? Kann man nichts gegen sagen. Ähm. Oh, das ist gut. Boah, das ist, glaub ich, ganz cool. Ähm. Ich hab, ich hab mal wieder gar nichts. Ja, irgendwie bist du, ist das nicht so dein Game, ne? Ey, das, das kann ich nicht nehmen, weil das hab ich schon mal genommen. Also, ich hab was anderes genommen, aber ich will es nicht nehmen. So, da lass ich mal, äh, Interpretationsraum. So, das wird nicht zählen, ist mir egal, zumindest hab ich was. Und das ist, und... Was, nur 77 Sekunden, Junge? Bitte helf, ich brauch nur drei Sachen. Wie würdest du eine Mord begehen? Ähm. Das Geile ist, es geht sogar jetzt. Ich hab das jetzt woanders. Ähm, 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 keine Ahnung, tut mir leid, wenn ich das jetzt schreib. Ähm, nehmt's nicht, ähm, irgendwie böse oder rassistisch oder was weiß ich was. Ähm, ähm, äh, ich bin nicht schwul, aber, ähm, ähm, oh, das ist geil. Also, was mir grad eingefa- Ich, ich, ich will da drauf gar nicht eigentlich eingehen. So. Ja, ich glaub, ich, ja, kann man so lassen. Ich bin fertig. Schreib mir das mit K. Ich bin mir grad gar nicht sicher. Doch. Aber mit Zick. Klar. Oder? Ich kann dir da nicht helfen. Ich kann dir da nicht helfen. Ich bin mir nicht sicher, ich weiß es nicht. Doch, ich glaub schon. Egal, ich lass das jetzt aus, Mann. Was denn? Ich, ich, ich will eigentlich gar nicht gewinnen, weil es ist, das, das wäre fast schlimm für mich, wenn ich da drin gewinnen würde bei so Sachen. Schloss mit Schlüssel. Ein Klammern groß, weil, weißt du, ein großes Schloss, was du so mit Schlüssel hast, kannst du einfach... Mir ist nix eingefallen! Ein Schloss mit Schlüssel. Du kannst es durchstreichen, dann streiche ich es auch durch, wenn du es nicht zählen willst. Das ist okay. Sascha hat ein längerer... Sascha hat ein längeren Jahr, Alter. Aber ist zumindest das erste Mal, wo wir einen Namen haben, das ist alles okay. Ach stimmt. Fuck, aber daran hab ich gar nicht gedacht. Schon einen anderen. Ich, ich, ich hab richtig lange überlegt, mir ist nix eingefallen. Brauchst du Schmerz. Alter, als sind ja Ferien vorbei, geh ich wieder in die Schule. Alter, du Schamhaar, komm. Alter, das ist die geilste Beleidigung ever. Alter, Leute. Ja, geht's. Frauen sind schwanger. Schöne Verallgemeinerung. Das meinte ich mit True Fact, weißt du, ist doch so, oder? Schön. Oh, hier, Finn haut wieder raus. Gründe für einen Schulverweis. Schuldirektor beleidigen. Scheißen auf den... Alter, alter Junge. Ey, nie. War noch so richtiger Dünnschiss, weißt du? Oh, Alter, das alles rumfließt. Ist okay. Ist okay, Jonas. Beim Zocken muss ich schlucken. Das meine ich mit Interpretationsraum. Dass ich, äh, Freiraum, dass ich da... Ne? Ich finde, du nimmst da immer so ganz toll. Also, Respekt. Ich könnte jetzt auch Schränke aufräumen schreiben. Mann, es ist halt einfach wirklich so... Wenn ich mal gerade so der... Noll-Warteschlange isst, dann... Das hier auch, warte mal. So, dieses Notizbuch mal jetzt erst mal auf den Schrank. Es ist runtergefallen, ist... Mann, es ist halt wirklich so... Ich hab hier zwei leere Flaschen stehen, okay? Und die hab ich halt getrunken. Ja, trinken, aber nicht... Natürlich! Was machst du denn mit dem Wasser? Steckst du es hier in den Aush, oder was? Ja, ist okay. Das ist echt ne gute Idee, ey. Dann wär ich nie draufgekommen. Deine Mutter ist schwarz. Sehr nett. Echt. Das meint sich vorhin mit dem, ähm... Schwänze sind geil. Nimmst nicht rassistisch oder so. Ich bin nicht schwul, aber... Schwänze sind geil. Okay. Okay, da wär ich jetzt nicht draufgekommen. Ja. Die letzte Runde. Also, da ist mir irgendwie nicht eingefallen. Oh, Mordwache mir. Oh Gott. Ich glaub selbst, wenn du jetzt alles richtig machen wirst und du gar nichts hinschreiben wirst, dann wirst du trotzdem... Nee, dann hätte es gewonnen. Dann hätte es gewonnen. Ja, ich weiß schon. Aber so ungefähr. Aber alter, F ist doch schwer. Mir fällt aber Mordwaffe nichts an. Ja, mir auch noch nicht. Ich bin auch dabei. Keine Ahnung, richtig billige Beleidigungen ist mir aber egal. Ich will nicht immer so behinderte Scheiße haben. Ich will was cooles anstellen. Ich glaub mir fällt nichts ein. Äh... Uh, schwer. Alter. Ähm... Ich muss grad kurz überlegen. Und ich dachte, Scheiben ein. Ich kann das benutzen. Scheiben ein. Scheiben das so? Oder ohne R. Nee. Da hört sich's komisch an. Ist richtig. Ähm... Wie komm ich da ohne R, Alter? Wie komm ich da raus? Keine Ahnung. Ähm... Höchstens Mordbegehen. Und beim letzten fällt mir auch nie was ein. Das find ich auch schön, dass du das genommen hast. Warum nicht? Das ist so voll easy. Wer ist das das Leichteste, Alter? Alter, was soll ich denn mit F nehmen, Mann? Ähm... Ja gut, mir fällt's grad auch nicht an. Äh, ich bin noch nicht so weit, aber... Oh Gott, das ist... Das ist jetzt auch wieder sowas, wo ich mich einfach nur schäme. Ähm... Alter, mit F gibt's doch auch nicht so viele. Ähm... Also, mir fehlen immer noch vier Sachen. Oh nein. Das kann ich nicht... Nee, das kann ich nicht bringen. Oh nein, das ist das... Alter, das ist so schlimm. Okay, jetzt... Ich glaub, das wird eine Runde, wo ich auch wirklich was nicht hab. Weil es wird... Oh scheiße, ich bin gegen mein Mikro gekommen. Wo du auch wirklich was nicht hast, Alter. Ich find mich so gut. Oh, ich bin nicht schwul, aber... Ich zensiere immer fleißig alles. Ich glaub, da haben wir genau das gleiche, weil... Dem einen... Obwohl es mir erst jetzt eingefallen ist. Biss schon. Biss schon. Ähm... 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 Ach! Natürlich. Bin ich ja nicht drauf gekommen. Hä, bin ich natürlich. Nix natürlich. Natürlich. Das war voll easy, Mann. Wie würdest du einen Mord begehen? Das ist das Einzige, was mir noch fehlt. Komm schon. Ähm... Ah, Mann! Das ist voll schwer jetzt. Grund, du für den Schulverwäser fällt mir auch nicht was ein. Ja, das war easy. Ähm... Naja, so easy jetzt nicht. Ich hatte was anderes noch, aber... Ähm... Ja, dann hatte ich jetzt doch das genommen und nix. Also ich... Mir wird was einfallen, aber das nehm ich nicht. Ich glaub, ich weiß, was du meinst. Nein! Nur zwei Sekunden, aber ich bin mir... Gut, ich hätte nix ein. Gut, dann wäre ich da durch. So. Flammenwerfer. Also, okay, da wäre ich nicht drauf gekommen. Das meinte ich mit natürlich. Also, das ist mir dann noch so eingefallen. Ah! Scheidungsgrund. Ficken mit einem anderen. Ficken mit einem... Ja. Ja, und das war genau das, was ich mir gedacht hätte. Da haben wir wahrscheinlich genau das gleiche. Ja, bei den nächsten auch. Freundlich, fröhlich. Freundlich, fröhlich. Familie des Lehrers beleidigen und töten. Okay. Nee, weil... Ich hab das Töten auch dazu geschrieben, weil ich beleidigen so oft benutzt hab bei der Kategorie schon. Deswegen dachte ich mir so... Und töten. Warum nicht? Ja, gut. Ich dachte mir aber genau das gleiche. Alter, gleiche Gedanke, cool. F ist auf jeden Fall, ja. Oh! F... Weiß ich, ich geh immer... Frostha. Yo! Weiß ich geh immer so in die Stadt und dann sag ich F und dann sind alle Leute tot. F! F! Und auf einmal fallen alle um bum 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 bum. Und dann denk ich mir so... Fuck. Weißt du, und dann hab ich schon wieder F gesagt mit fuck. Egal. Ich... Deine Mutter ist förmlich, fleißig. Oh jeder, diesmal waren wir beide. Förmlich. Ja! Fette Männer mag ich schon ein bisschen. Fick, Männer ist geiler. Der Grund ist echt cool. Ist geil. Also eigentlich ist es geiler cool, weil du hast noch ein ER hinten dran gehängt und... Egal. Kammel. Guck mal, Finn heißt Kammel. Ich hätt echt... Ich hätt echt das... Das EL-Pech weglassen können. Das stimmt. Hab ich gar nicht dran gedacht. Alter, ganz... Ja, Alter, ich hab haushoch gewonnen, Mann. Aber ich würd nicht... Brauchst du... Nee, echt. Wir sind aber nur zu zweit, Mann. Alter. Guck mal, jetzt kann man da... Es ist ja auch klar, weil du einfach unseren YouTube-Account genommen hast. Da kann ich ja gar nicht gewinnen mit hier beim Kamel da. Mit meinem Trommel da. Ach, das heißt Kamel? Nein. Es war Spaß, Junge. Man schreibt Kamel mit K und R. Ist mir schon klar, aber... Du Vollpfosten, Mann. Ist mir schon klar, aber... Es kann man trotzdem mit Kamel aussprechen, weil ich hab's Kamel ausgesprochen. Deswegen hab ich so gelacht. Kamel. Kamel heißt das wahrscheinlich. Na, alter Kameler. Kamel wär's mit Doppel-M. Also Kamel. Guck mal, komm, jetzt kannst du runterscrollen und kannst du mal alles angucken hier. Alter, Alter. Oh, aber da haben wir verkackt ab mit Z. Genau, mit Z ist was wir verkackt haben, richtig hart. Und sonst hast eigentlich du immer ziemlich reingeschissen. Ups. Ja. Awesome Boys, Alter. Nice. Also irgendwie, bei, 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 ähm... Ich bin zwar nicht schwul, aber, ähm... Da hast du ziemlich verkackt, so, ne? Mir fallen da keine Gründe ein, warum. Hä? Was, warum? Ja, ich schwul sein sollte. Mir fällt da nix ein. Dicker, da steht auch nicht, dass du... Hä? Ja, aber was dann besser ist. Achso, ja. Gut. Mir, mir, mir fällt da einfach... Also, also ist nicht so, dass ich jetzt generell sag, ist es scheiß, ne? Nur... Ja, ist okay. Mit mir selbst, ich weiß es nicht. Lass da, Feedback. Okay. Ja, dann, ähm... Ich find dein Awesome Boys einfach am besten. Ich auch. Ich, 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 hätte da eigentlich ein Kreuz geben müssen. Der ersten sehr englischen Side ist auch falsch geschrieben. Wissen Sie es? Ach, genau, warte mal, sag mal. Wo, hab ich ja wirklich, du hast vergessen, wo, warte mal, wo war das? Ähm, das war... Weil ich hier von selbst. Da. Außenbauer, ja, fuck, Alter. Echt? Jo, fail, egal. Naja, dann, ähm, wär's das von diesem Video gewesen. Wenn's euch gefallen hat, lasst du einen Posit werden da. Ja, und schreibt mir in die Kommentare, ob wir das, ähm, öfter machen sollen. Die Kommentare, ja. Alter, sprechen ist schwer heute. Zu viel getrunken hier, gell? Alkoholfreies. War keine Anspielung, nee, nee. Nein, Spaß. Ich trinke keinen Alkohol. Hä? Ich hab gesagt, alkoholfreies, Mann. Egal. Schreibt's in die Kommentare, ob ihr es gut findet und ob wir da öfters was bringen sollen, ob ihr es lustig findet und so. Dann, äh, bedanken wir uns. Da steht der zugeschätzt. Alter, ich bin halt richtig krass, ey. Drei Minuten lange Verabschiedung, Jonas. Das machst du richtig gut. Das ist die längste und beste Verabschiedung der Welt. Lass einen Daumen hoch da, wenn die Abschiedung geil war. Dann, bis zum nächsten Mal und das waren wir. Tschüss.